Mexico gegen Declanam, gegen Südkorea. Niederlagen einstecken müssen, ein 5 zu 1. Mexico ein 5 zu 3. Korea! Und der Kim Shin-Wok! Mexico, Mexico, ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist. Oh Gott! Alter, was war das für eine Erklärung? Ja, es wird Zeit, dass Mexico in die Pause geht. Nein! Jetzt können sie in die Pause gehen! Jetzt können sie in die Pause gehen! 5-0, Murl! 5-0! Eure? Sehr schön! Der Kämpfer wird belohnt! Das gibt's ja nicht! In Deutschland gegen Schweden! 2-0! 2-0! 2-0! 3-0! Oh, schön! Den habe ich gar nicht... Oh mein Gott! Mit dabei ist der Ending! Ist der Ending! Ist der Ending! Ist der Ending! Yes! Ja! Ja! Ich habe noch abgewartet! Ich wollte sagen, es wird sicher schwer auch für die Tornese wären aufgrund der... Profea halten! Teleportieren! Ach! Schön gemacht aber! Oh shit! Chatli, der hat jetzt Platz! Hassah! Hassah! 2-1! Doppelpack! so panama gegen england jetzt aber gehen doch geht doch ich habe viele stürme mit ja vierte treffer na gut los geht's na gut dann muss man hier gegen offensiv machen das ist ganz bitter stimmt das war auch mit der hand oder aber das gebringt in zur mitte und blase kommt die zweiter treffer und die netti ja und blase kostkopf lewandowski ist damit hat auch packer und kara oh schön hola goli wo meinst du denn nicht noch hola goli du hacker hacker hallo und herzlich willkommen zu uruguay russland mit und da kann man und sie ist auf sammedorf und ausgleich das habe ich ok korin der markt immer eingang verhaut es sich jetzt in der letzten partie so gut haben sie gespielt und 3 1 russland und alle willkommen hier zu saudierabend gegen den mittel jetzt hat es und da war das war eigentlich abgewährt und wieder dasselbe kombination das war jetzt sehr bitter sparen gegen marokko marokko gegen sparen in russland wm 2018 was wir dann schluss das war so schlecht verdrängt oh mein gott amrabatt yes das gibt es jetzt mit spiel sein portugal gegen iran oder iran gegen portugal könig und selber ist durch es nicht gehen inshallah ja das gibt es ja nicht gescheißen alle miteinander alle miteinander vier spieler am ball dran und keiner kann es schaffen naja man sada war da ach geht doch scheiße fünfter treffer sada dänemark frankreich klar machen können oder mit einem punkt oder mit einem punkt das war doch schon weit nach dem schuss oh was war das was war das war schön oh nein oh nein oh nein mape nein nein jes das ist gar nicht so gut das ist gar nicht so gut naja was da rein gegen den bell Das gibt's nicht! Schön! Schön gemacht! Ja? Ja! Ach, geht, geht! Ja! Das Team! Oh, Mann! Na, Alter, mach's dann Spaß! Nein! Ja! 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 Russland, wir sind noch immer bei der WM. Island gegen Kreuzen steht an in der Gruppe B. Oh, nein! Oh, nein! Das ist so wieder ein natürliches Abstauertag. Oh! Nein! Die Kombination wieder gegen Argentinien bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Gruppenspiel der Gruppe D. Boah, keine Ohne! Ah, scheiße, die waren da an. Die Kehle trocken. Oh, nein! Nein! Oulah! Goalie! Goalie, du... Oulah! Oulah, wenn ich jetzt ein Goalie mit hätte, ich würde dich jetzt so auswechseln, oulah! So auswechseln, oulah! Was schaut mich jetzt so an? Oulah! Was war das jetzt, oulah! Ach, gescheißen, oulah! Aaaaah! Yes! Brasilien gegen Serben, ein sehr ungleiches Match. Oh! Oh mein Gott! Abwehrfehler! Oh! Oh! Boom! Nachgelegt! Jesus! Staubt ab! Ja! Oh, da war schon! Ja, Mittelwitz! Geißen! Oh! Gescheißen, oulah! Ja, grüß euch hierzu, die Schweizer und die Kostowica! Mit aber... Noch kein Tor kassiert! Oh! Oh! Ohne eins geschossen! Oulah! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Oh, da! Alter, Gohli, geh rein! Du bist ein Trottl. Du bist ein Trottl, Gohli, alter. Oh, nicht schön! Boah! Yes! Oh, schön. Das war sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. Boah, das gibt's nicht! War aber schön gemacht, Boahla war auch hart. Habe ich mir jetzt auch gedacht, bis zu Depp oder das war eigentlich Tor auf. So der letzte Mann. Glaube ich war es auch sogar. Aber gut, Shea hat Glück, aber mal schauen, wie Glück die Schweiz jetzt haben. Borges! Druck auf beiden Seiten. 84. Spielminute. Das gibt's! Ich, ey, oh! Schönen Spiele von Mexiko gegen Sweden. Oh! Schön Okua. Alter. Toi, wohnen, nur. Oh, und das war eine richtig gute Chance! Los! Los, Sonno! Nein! Wunderschöne Variante! Freistoß auf Vorspeck, der Köpfe, die Nacken. Deutschland gegen Südkorea. Meine Damen und Herren! Oh, mein Gott! Ja, wohnen, wohnen! Nein! Nein! Wir haben hier England gegen Belgien. DVE. Und Enazat legt los. Vier Minuten gespielt. Begit. Und Wiener aus A5! Oxlade. Ja! Geht ja! Nämlich Tunesien gegen Panama zum Gruppenabschluss in... Da ist der Torreis! Fünf! Ja! Ben Youssef! Greicht aus! Yes! Oh, mein Gott! Und... Das gibt's echt nicht! Wahnsinn! 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 Torreis, Mann! Oh, mein Gott! So, Japan gegen Polska! Oh! Huh! Minik bringt er nicht unter und Plaschikowski nu... Und Wiener Plaschikowski auf Lewandowski! Ja, weißt, es dauert einfach... ...n bisschen. Nein! Nein! Weiter! Le... Nein! Nein! Ja! Weiter! ...ging Senegal gegen Kolumbien... ...um die Entscheidung. Oh! Oh, der ist drin! So! Oh! Schön gemacht! Ausgleich! Ja, das war's ja dumm! Und dann war's ganz, ganz dumm und Mané legt es auf wieder! Schön gemacht!